ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem podcast richter und rohe sind wir unterhalten euch nach maß damit herzlich willkommen zu einer neuen podcast folge von richter und rohe mit er bei rohe und richter und richter und paul also da bin ich ein wunderschönes lief ja geil ich fühlte mich heute irgendwie keine ahnung es ist mir unterwegs beim autofahren eingefallen ohne zusammenhang einfach ich habe mir überlegt heute mache ich ja not wie könnte ich anfangen und irgendwie ist daraus eine nationalhymne geworden ich hatte ich hatte aus irgendeinem grund die nationalhymne angefangen zu summen und habe dann aber eine strobe irgendwie falsch im kopf gesungen was habe ich mir noch mal im kopf gedacht einigkeit und rechte freiheit für das deutsche vaterland dann habe ich wollte ihr gemeinsam einen heben habe ich gesagt nee moment die hymne geht an daraus ist dann irgendwie was anderes geworden und dann hat sich da dieses ding hier entwickelt sehr schön was andere mit einem gemeinsam einheben ist die malle hymne irgendwie hat es auch nichts damit zu tun aber trotzdem keine ahnung das ist bayern was ich mir gerade vorstelle auch für bayern haben eine hymne ist eine bayerische verfassung ich weiß zwar nicht wie rechtskräftig der ist aber okay ja froh hast du irgendwas besonderes erlebt die letzten tage ansonsten hätte ich eine kleine geschichte einige kleinigkeiten aber jetzt nichts was ich jetzt aktuell erwähnenswert halte aber das hat uns ja noch nie davon abgehalten die folge über eine stunde in die länge zu ziehen fangen wir mit dem thema an vielleicht fällt mir daraus eine lustige geschichte ein ja das machen wir so wie immer ich fange mit irgendwelchen themen an und flo baut dann den rest dann macht den rest erfolg gefühlt nein und zwar war ich am wochenende aufgrund dessen dass meine tochter in einem christlichen kindergarten ist in der kirche wegen frühjahrsanfang und da haben die da eine stunde gottesdienst gemacht die kinder also nicht die kinder der pfarrer an sich aber der kindergarten hat da ein bisschen was aufgeführt und gemacht und getan und ich war ziemlich weit hinten in der reihe weil aufgrund von corona weil jede zweite sitzbank halt ja musste frei bleiben war halt nicht mehr so viel platz und mann ziemlich weit hinten was entschuldigung ich habe nur gerade überlegt wenn es corona zu jesus zeiten gegangen wäre hätten die immer ein kreuz aufgestellt ein leeres kreuz dann ein behangenes kreuz die idee hat was uwe boll wenn du das hier hörst du darfst gerne die passion christi noch mal neu verfüllen immer eine kreuzung mindestabstand auf jeden fall waren wir halt ziemlich weit hinten und haben halt dann die kleinen beim tanzen und so nicht gesehen und nicht wirklich und da war meine idee die kirche hat so viel geld dass kein mensch weiß ja wie viel kohle die hat ne aber die könnten doch einfach eher mehr so stadion charakter machen oder so mit tribünen dass du wirklich einfach mehr siehst vom gottesdienst weil die könnten auch eine fette bühne vorne hinbauen ich meine der pfarrer ist drei stufen hoch gegangen damit man besser sieht ja wow wenn vor mir drei meter mensch steht gut gibt es nicht aber wenn er stehen würde wenn sie gäbe dann würde ich halt gar nichts mehr sehen kollege baut doch so ein richtig stadion mäßiges ding auf ich meine eure häuser sind nicht umsonst zehn meter hoch dann könnte auch eine kleine tribüne reinknallen das gerade so vor wie dann auf einmal das licht aus scheinwerfer auf den eingang da kommt so nebel wie beim wrestling so ein bisschen aufziehen da kommt der pfarrer ja das kreuz christi ja macht doch macht doch mehr so macht voll in deutschland ich meine jeder von uns kennt ja diese gospel gottesdienste aus den usa so happy day ja ich mach mir jetzt ein bacon und ein ei und dazu noch ein pfarrnkuchen und jesus ist der geistesstecher der welt irgendwie sowas jetzt habe ich vom bild so eine tribüne nebel an der seite so lichter wie eine disco da kommt so ein pfarrer mit einer langen kutte im flickflack drüber macht so ein salto am ende steht ja so seien ihr bereit heilig zu sein ja ich höre euch nicht gib dir doch mal mühe um deinen glauben weiter zu tragen und nicht so wir sind heute zusammengekommen wir haben heute ich würde auch was ich würde auch was erleben beim gottesdienst genau wir haben heute einen gastfahrer oder oben die kuppel öffnet sich da kommt so einer mit dem helikopter wird untergelassen engelsflügel so auf dem rücken ja ich steige herab steige herab um euch das wort gottes zu erteilen e-gitarre trommel solo ist sowas nicht weißt du stunde das war so stinkend langweilig und da waren diese bänke zum sitzen auch noch super unbequem weil die sitzfläche so klein war für mich ohne witz ich habe gedacht ich wollte vorne über wahrscheinlich um leichter beten zu können ja aber trotzdem das war so richtig unbequem du hast nichts gesehen dann sind diese liederbücher von der kirche ewig schwer zum halten die sind zur notwehr ja denke ich auch weil gefühlt hat dieses buch mit was ich 200 seiten 10 kilo gewogen also das war echt so deutsche kirche deutscher kirchenverband wie auch immer ihr euch schimpfen mögt ihr habt so viel kohle macht doch mal aus dem gottesdienst ein richtig geiles event und nicht immer dieses deutsche hallo willkommen zum gottesdienst wir lesen jetzt lied 432 dann würden die auch leute noch kriegen dann würden dann ja dann wäre ich da du jeden sonntag in der früh eine stunde party in der kirche ich wäre dabei ich als atheist würde kirchsteuer zahlen um das zu sehen jeden sonntag ich wäre dabei zehn uhr morgens zehn uhr morgens ich wäre dabei alter erste reihe ja fahrer müller gibt mir den segen ja und anstatt so blöden keks hätte ich gern in der früh einfach eine leberkässe heimler als leib christi ja so richtige verpflegung netz und billig und wenn dann einer kommt nicht beim veganer dann sind die bibeln da damit er damit von allen geschlagen wird wäre ich als jemand der echt wenig fleisch ist voll komfort damit dass der leib christi das muss fleisch sein oder du frisch ist oder du schmorz in der hölle gewinner kriegt dann bratwurst dann der leib christi zum zwingern naja mach doch ein event raus ich mein jeder geht streng gläubige leute gehen ja wirklich jeden sonntag neun uhr zehn uhr in der früh und geben sich eine stunde gottesdienst dann mach es doch richtig geil und nicht so langweilig und da kommt so eine stimme in der patris et phili et spiritus sancti da kommt so ein beat einfach richtig geiler beat kommt dann ja mann ja mann da gibt es ein geiles lied ich glaube das heißt sogar in nomine das stimmt ja ich es gibt so ein älteres rock lied oder ich weiß schon was du meinst das kennt jeder wenn das hört aber und baut hat wirklich irgendwas in die höhe in der kirche ich meine habt ein ewig hohes dach da müsste auch nicht so viel heißen wenn das vernünftig baut leute bei uns ist das geil bei mir im nachbauort ist eine kirche die wird jetzt umgebaut im wohnhaus ja du könnt ihr könnt das lied ich habe sogar gefunden ja schickst mir mal ob wir dasselbe mein ja ich bringe mal zur sekunde 30 warte ich schick dir das gerade ich bringe mal zur sekunde 30 was mein link ja alle anderen die podcast hören springt zur sekunde 30 und so müsst wirklich dann habe video nicht verfügbar okay oder diesen song der nicht verfügbar ist wieso ich höre ich doch gerade ich schaue mal auf youtube direkt toll werbung oh das das ist gerade die dümmste werbung aller zeiten lg tone free eure blöden kopfhörer was wer in der werbe er während der werbe abteilung ist auf die idee gekommen an anfang der werbung erst so leichtes lied leichtes easy lied reinzuknallen und dann irgendwas und schäppiges dummes poplied aber dann machte sekunde 30 und also so müsste fahrrad an oder dieser musik rein ich höre es mir jetzt mal bis dahin an und der musik müssten fahrrad an reinkommen und am besten dann noch die ganzen jünger wollte ich jetzt sagen wir jetzt noch mal die messdiener genauso mit kutten ja mit weihrauch um sich schmeißen und platen gib ihm alter mach mich doch schon mal anfangen heiß und gierig nach eurem scheiß da kommt so eine oma die sich die bluse aufreißt segne mich der geist christi fährt in mich nein das war frau müller frau müller jeden sonntag oder ja ja die kirche müsste einfach ein event sein wie in usa ich wäre voll dabei ob ich jetzt dran glaube oder nicht aber das wird geil glauben sie an gott was nein die mucke ist einfach geil es hat 53 sekunden geht es ja ab ja ja wie unter der musik ja dann ja dann leitschau nebel blitze alles bam 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 ja mann du 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 wäre ich da wäre ich da wäre ich voll dabei da könnt ihr auch richtig merchandise draus machen die feuerwehr verkauft doch hier ist auch immer so kalender das mit dem pfarrer mit pfarrer müller geil ja pfarrer müllers obelaten oder so keine ahnung so ein geiles bild weil so der pfarrer seine obelaten verkauft oder halt hergibt beziehungsweise in meinem fall hat so richtig bzw in meinem fall hat so eine richtig saftige leberkässemmel boah ich wäre fan von pfarrer müller wenn es ihn geben würde so wie ich ihn will aber da gibt es da fällt mir gerade ein ich weiß nicht wo der ist es gibt irgendeinen pfarrer der macht ja bei strongman wettbewerben mit alter ja deshalb voll der ist voll trainiert im hohen alter der ist aber voll dabei stell dir mal vor bei dem bibelunterricht ja aber herr pfarrer ich sehe es anders klatsch nein ich habe die muskeln also stimmt es ich habe die kraft gottes ist das nicht alles testosteron als maul gott hat gesagt ich soll es mir spritzen ich suche gerade mal ein bild raus ich weiß aber bodybuilding pfarrer ja ist es der boah ich weiß nicht ob das da ist nee es gibt da mehrere der art da ist noch so eine platte im boden die sich öffnet rauch kommt raus das einfach hängt einfach an einem kreuz ein brennendes kreuz ist ein bisschen zu extrem auch so ein sehr gut beleuchtetes kreuz raus und da kommt einfach einer mit einer wahnsinnig stimme da im kreuz hängt und singt einfach mhm ja strongman priest da ist er ja kevin fast the world's strongest priest has broken 19 world records mit 51 jahren das war 2018 also du meinst jetzt fast 60 ja man weißt du der hat auch noch so einen langen sauselbart und aber voll die muckis zieht ja ähm feuerwehrautos schon eine coole sache da hebt so atlas steine heißt wie gesagt die kirche braucht mehr event charakter ihr seid die reichste organisation dieser welt macht doch was mit dem geld ich meine irgendjemand hat mal gemeint sowas wie notre dame nach dem brand wann ist denn das gewesen vor drei jahren oder so zwei drei jahren irgendwie sowas notre dame hätten die von der kohle diese haben zehnmal aufbauen können und das wäre ihnen immer noch wurscht gewesen das sind so hochrechnungen haben verstehe ich nicht gut großer davon war ja eh nur wir wollen ein bisschen pr für uns abgreifen das ist ja das traurige und wo es wirklich gebraucht wird kommt nix ja natürlich nicht weil es geht ja nicht um ein riesiges steingebäude wobei ein kleiner fun fact ubisoft hat den bauplan glaube ich bereitgestellt den sie damals für unity genutzt haben ja das bringt natürlich was irgendwas aus unity haben die gespendet ich glaube den digitalen aufbau damit das berechnet werden kann wie man das richtig macht das ist geil das ist das finde ich cool das ist dann auch okay wenn man das gibt ja das ist in ordnung wie gesagt ich bin auch jemand der sagt glaub an alles was du willst jeder mit bloß nicht anderen auf den nerv ich überlege jetzt gar nicht das ist schon eine einfache kirche ist wie sieht dann die show vom 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 papst aus das papa das ist so ne kennst du den auftritt von queen hier im was war denn das dieses live-aid konzert das ist die ostermesse alter im vatikan wäre dagegen scheißdreck weil dann leid schau nebel wie bei der formel 1 dann so düsenjäger die über ihn weg fliegen messdiener mit geilen e-gitarren und seine rechte hand hat am ende das trommelsolo die ganzen kanäle sind da äh kardinäle ey die sind der background chor und machen sie eine geile tanzshow ja mann die kappen auf aber jeder total trainiert so richtig muskulös ja klar die müssen ja fit sein für das eine event im jahr an ostern da trainieren sie die andere tage die drei vier tage vollgas ja dann hätte auch keiner mehr zeit sich am messdienern und anderen zu vergreifen die müssten trainieren ja die müssen sich einfach mal beschäftigen wie so ein altes staubiges buch dauernd lesen hätten wir das problem auch gelöst ja das ist immer so wenn du beschäftigt bist dann fällt dir kein dummer scheiß ein das ist ne sache die beschäftigt mich seit meiner jugend und das ist halt wirklich so weil wenn ich langeweile hatte mit meinen Freunden haben wir scheiße gebaut hatten wir aber was zu tun oder miteinander irgendwas vernünftiges gemacht hat keiner scheiße gebaut zack problem gelöst aber gut ja das wäre die beliebteste religion weltweit sofort ja gut ist ja so oder so schon aber die beliebteste sind nicht ich glaube die mit den aktuellen meisten anhängern ja stimmt aber auch nur wenn du das christentum als eine religion zählst und nicht in die ganzen tausend kleinen die es da gibt naja das fängt ja schon an bei christlich ich glaube ja der Papst ist nicht christlich genug keine Ahnung gut ist es aber jedem ja dann gibt es ja noch beim Islam gibt es ja noch dann gibt es noch orthodoxe dann gibt es noch russisch orthodox dann gibt es kroatisch orthodox keine Ahnung das gibt es 5000 Unterarten Islam hat ja auch mehrere Unterarten ach die ganzen Buddhismus weiß ich jetzt nicht würde mich nicht wundern ehrlich gesagt ja und die ganzen kleinen Religionen die paar tausend die es noch gibt vor allem in der USA weil man ab 200 Anhänger glaube ich als eigene Kirche zählt dann haben wir jetzt ja noch hier den Glauben der Jedi ach stimmt ja Fun Fact Fun Fact der Orden der Jedi in Deutschland hat seinen Sitz in Augsburg ich glaube drei oder viele Mitglieder haben die oder ich habe keine Ahnung das hat mir bloß mal der Vater von einem Kumpel erzählt dass der dass der Orden der Jedi in Deutschland in Augsburg ihren Sitz hat ich kann Plätze schießen das sind Elektroschocker Plätze sind sie nicht eher ein Civ ah er hat mich ertart Fub verschwindet da wird eins mit der Macht kennst du dieses geile Bild der Obi-Wan sagt doch im dritten Film nur ein Civ kennt nichts als Extreme wo er in der Bibliothek ist ja da ist ein Planet verschwunden so und so das ist unmöglich bei uns verschwindet nichts wenn er nicht in den Archiven ist dann gibt es ihn nicht das klingt wie ein Extrem und dann ist da die Bibliothekare mit gelben Augen so im roten Lichtschwert oder wo der Obi-Wan ja nur ein Civ kennt nichts als Extrem aber diese Einstellung ist Extrem dann siehst du den Obi-Wan wieder mit dem roten Lichtschwert ja sag ich doch oder wo Anakin in den Raum kommt voll mit den Kindern und das waren auch alle Civ-Lords das ist so da gibt es so geile Dinge ja ach ja ah Meister Skywalker gut dass sie da sind wir können nichts tun das klingt wie ein Extrem da sind die ganzen Kinder mit roten Lichtschwerter ding das ist so gut sehr schön apropos Star Wars rat mal was ich gestern angefangen habe anzuschauen Stopp Moment Spoiler Warnung für eventuelle Spiele, Serien, Filme und oder andere Dinge die irgendwas zu tun haben mit irgendetwas was du gestern angefangen hast wir haben gerade von Star Wars geredet ich würde sagen Jack Reacher nein also ich habe jetzt vom Herrn Schillocks Grüße gehen raus Zugang zu Disney losbekommen ja Bad Batch ich habe die erste Folge gestern angeschaut aber Clone Wars hast du nicht fertig geschaut oder äh oh nee ich habe drei Staffeln angeschaut damals oder so und dann war es rum aber dann war es mir zu viel ja gut ich glaube ja gut die Serie kann man sich auch alleine angucken ist halt cooler wenn du die ganzen anderen Serien vorne dran gesehen hast weil du dann ganz viele Parallelen siehst ah ok also du müsstest Clone Wars komplett durchgucken dann müsstest du äh Repples komplett durchgucken ok und dann Bad Satch da würdest du ganz viele Parallelen kriegen wobei das Problem ist dass Clone Wars nicht äh wie sagt man wenn er etwas in einer Linie läuft also die Serie läuft nicht in einer Linie die springt das heißt du hast okay Folge 3 sag ich ich sag jetzt einfach eine Folge das ist jetzt die falsche Folge aber ich sag einfach Folge 3 hast du eine riesen Schlacht und zwei Staffeln später hast du es wie es überhaupt zu dieser Schlacht kam ok also verschiedene Zeitsprünge und sowas ja das ist so furchtbar weil teilweise es sogar in derselben Staffel Zeitsprünge sind die einfach nicht erklärt werden wenn es aber nicht voraus weist es gibt so extra einen Führer wie du dir die äh Folgen angucken musst in der chronologisch ja das ist super das ist bei Rebels ja ich glaub deswegen hab ich damals irgendwann aufgehört nach drei Staffeln oder so ja das stimmt also die letzte Staffel ist mega die ist richtig gut ähm Rebels ist in einem Stück das fängt zwar so als Kinderserie also wie wie Clone Wars wo du meinst Kinderserie und dann nach ein paar Folgen ok doch es ist zwar kindlich gezeigt aber ähm nein keine Kinderserie ja und Batset ist super mhm ne ist ganz cool wie sie das hat eine Folge sehen die man auch also von meinem Verständnis ja auch locker in drei bis vier Folgen packen könnte weil es so viel so viele Handlungen aufmacht weißt in der Folge ja also die Serie ist an sich da hab ich mir echt gedacht so boah ist es schon die zweite Folge oder so weil die Handlung einfach weiß ich nicht gut dafür geht die Folge auch über eine Stunde aber trotzdem wird es einfach drei Folgen machen können wenn du jetzt trotzdem fast drei Folgen machen können also die letzte Folge haben sie in zwei also die letzte Folge haben sie in zwei Folgen aufgeteilt mhm ja ich würde auf jeden Fall weiter schauen klar also Mandalorian musst du auf jeden Fall angucken ja ja hab ich mir auch gedacht schau euch an aber ich sag euch erstmal Bad Batch an Mandalorian und was kommt danach äh Book of Boba Fett und dann genau aber Book of Boba Fett würde ich erst anschauen nach Mandalorian weil äh ja ja das wohl so das baut auch auf ja ich weiß ich war bloß grad wegen der ähm Reihenfolge nicht sicher deswegen hab ich nochmal nachgefragt warte ja und ich hab mir noch ähm um es abzuschließen für mich Episode 9 gegeben das war auch so ein Film also viele finden den bestimmt ganz gut und toll und unterhaltsam ich hab irgendwann mal so mittendrin mal reingeschaut wie viel Zeit vergangen ist weil ich dachte boah der müsste jetzt nur bei der Hälfte sein kurz vor Ende ich hab ne dreiviertel Stunde geschaut ich hab mir gedacht so okay und ich hab ihn auch zweimal angeschaut weil ich halt mittendrin richtig müde geworden bin und alter der hat sich halt auch teilweise gezogen gefühlt wo ich mir dachte so boah nie nie was ich schlimm finde sie haben ein paar Ansätze die gut sind ja wenn sie sie anders aufgebaut hätten finde ich ich finde diese Endschlacht wo auf einmal alle Jäger auftauchen das ist so ein cooler Moment der aber einfach für mich hinten und vorne keinen Sinn macht was mir die Szene dann wieder total kaputt macht eine Bodenschlacht auf den Sternenzerstörer dass ich einfach auf dieses scheiß Ding draufschießen könnte das wird ja nicht erklärt oh da ist ein Schutschill da kommen wir nur mit langsamen Dingen durch wir müssen zu Fuß durch wäre ja okay hätte Sinn gemacht nein genauso wie die Logik ich habe die ganze Zeit Superwaffen gebaut die Planeten zerstören die kaputt gegangen sind jetzt brauche ich einfach eine Flotte aus Superwaffen was ich verstehe Disney halt nicht warum sie nicht gesagt haben wir holen für den achten Film einen anderen Regisseur der auf dem Plan von dem Regisseur davor scheißt wenn es ein Regisseur gewesen wäre und der hätte komplett die Kontrolle gehabt denke ich wären diese drei Filme auch gut gewesen weil sie zusammengehangen hätten ja das Problem ist einfach dass Disney jedes Drehbuch wahrscheinlich 20.000 mal ändert sie haben selbst gesagt es gab keinen Plan für das Drehbuch die haben den achten Film gemacht und wussten nicht und den siebten auch schon die wussten nicht wie der nächste Film weitergeht ich vergesse den Namen JJ Abrams genau der hatte einen Plan wie er die Filme machen will dann kam der andere Regisseur von dem achten Teil der hat auf Sachen die im siebten aufgebaut wurden geschissen Finn nö der hat keine Macht Ray ja ich will ja zeigen dass jeder da draußen die Macht haben kann und man muss nicht irgendwie besonders sein und natürlich Luke Skywalker den zerstören wir einfach mal als Charakter und lassen ihn nur am Ende mal kurz cool sein ja das war so der coolste Moment aus der ganzen aus den ganzen drei Filmen irgendwie ich fand den Kampf auch ganz geil gegen die Elite war da von Snoke der Kampf war von der Choreografie geil vom Sinne her brauchen wir jetzt nicht drüber zu quatschen das war bescheuert aber die Choreografie war geil man kann auch effektechnisch nicht gegen die Filme nichts sagen ja der Effektechnisch sind die super und auch manche Choreografien wo Ray im neunten nochmal gegen Kylo kämpft ich fand die Choreografie und Setting alles richtig geil das war schon cool das war aber einfach in dem Sammern scheiße ja das Gesamtwerk war einfach für diese Trilogie nicht so was auch immer wieder schön ist was die Machtgeister auf einmal können ey komm wir lassen da Blitz einschlagen komm ich fang ein Lichtschwert einfach auf es gibt ein Fan wie sagt man sie haben halt den Endkampf von Palpatine gegen Ray das war ja genauso geil ja ich bin dein was dein Onkel nein nicht dein Onkel der Großvater ja ja alter hätte ich kotzen können da gibt es so ein Fan Remake wo sie die Geister von den ganzen Jedis die da sprechen auftauchen lassen das sieht so geil aus das hätten sie für das Original machen sollen nicht nur die scheiß Stimmen weil da viele Stimmen waren von Jedis das ist auch geil das sind Jedis die gar nicht das gelernt haben wie sie Machtgeister werden Qui-Gon hätten sie Qui-Gon Obi-Wan ja das stimmt der Kanz Yoda und Luke das sind eigentlich die einzigen Jedi die gelernt haben Machtgeister zu werden die anderen haben es gar nicht gelernt aber einfach nur die Geister auftauchen zu lassen mit der Stimme das war richtig also in diesem Fending war das richtig geil hat richtig geil ausgesprochen ja bei der Stimme von Qui-Gon schon habe ich gedacht okay cool hätte ich jetzt null gerechnet wie gesagt hätten sie jetzt noch so auch wenn es nur so ein bisschen gewesen wäre so ein bisschen Andeutung und am aller was echt geiles Detail war muss ich jetzt sagen als Ray den den Machtplitz abgewehrt hat verbiegt sich das Lichtschwert und das finde ich geil weil in den Büchern wird Palpatine immer als so mächtig beschrieben dass er mit seinen Energieblitzen sogar Lichtschwerder verbiegen kann und das einfach zu sehen optisch fand ich geil nur ich finde es dann bescheuert ja ich habe bis jetzt jeden mit meinen Machtplitzen zerstört du bist keine Ausnahme ja ich habe ein zweites Lichtschwert das hat noch nie einer deiner Gegner nein ich löse mich jetzt ganz schlecht animiert auf weil man Feinden ein zweites beschissenes Lichtschwert hatte also wenn das heißt wenn Palpatine in seiner ganzen Karriere als Sith Lord jemals gegen einen Jedi gekämpft mit zwei Lichtschweinen dann hätte er abgekackt also das fand ich bescheuert ja so das mächtigste Wesen der Galaxis ist dann sowas ja also das fand ich in den das klingt blöd in den Roman besser gelöst da war Palpatine so mächtig dass sie ihn nicht besiegen konnten sie haben ihn eigentlich so in eine Enge treiben müssen dass er halt äh mit seinem Machtgeist jemand anderen kontrollieren wollte und da hat sich einer dazwischen geworfen und der hat sich dann in der kurzen Zeit wo er sich noch kontrollieren könnte geopfert um den Geist zu zerstören also irgendwie sowas dass irgendeiner den Geist in sich aufnimmt und dann getötet wird um Palpatine zu besiegen das wäre für mich ja das wäre irgendwie zu zeigen wie mächtig er ist stattdessen ha ich habe Machtblitze und kann jetzt Raumschiffe kaputt machen mit meinen Blitzen scheiße ich verliere gegen einen mit zwei Lichtschweinen ja klar vor allem hintereinander ja ja und den Kampf gegen die Ritter von Renn war auch scheiße es tut mir leid ja keine Ahnung die sind auch immer so komisch aufgetaucht so wir kommen um die Ecke oh es ist nichts mehr los okay tschüss im ersten Film wurde sie gezeigt oh scheiße das sind sie von Kylo seine äh Kameraden Leib gerade keine Ahnung im zweiten Film wurden sie nie wieder erwähnt im dritten sind sie auf einmal wieder da werden sie im zweiten auch schon aufgetaucht ja vor allem der Kommentar ja vor allem der Kommentar von einem wo die Reihen marschieren da auf den Zerstörer das sind die Ritter von Renn richtige Massenmörder oder Schlechter oder irgendwie sowas ja wenn du dir die Charaktere ich hab mir ja die Lore von den Charakteren durchgelesen das sind richtige Badasses und was auch interessant ist Luke und Kylo haben mehrfach gegen die zusammen gekämpft und haben mit viel Mühe den Anführer Renn besiegen können okay und ja Kylo hat einen Halbbesieg und wurde deswegen auch zum Anführer ähm ja deswegen der Zusatz Renn ja das sind Comics oder sowas also das hasse ich auch wenn du für so Hintergrundwissen die Comics oder Bücher lesen musst das war in der alten Erwähnt es doch zumindest mal erwähnt es doch zumindest mal in den Filmen ja so er hat den Anführer der Ritter von Renn besiegt deswegen ist er jetzt ihr Anführer ja wieso folgen sie ihm ja er hat ihren Anführer im Zweikampf besiegt so einen kleinen Verweis das ist in Ordnung das kann ich jetzt das reicht mir doch das kann ich auch damit ich weiß okay wie hat es ja vor allem wenn du dann siehst wie seine Untergebenen sag ich mal abgehen dann weißt du okay dann ist aber Kylo Renn nochmal eine Spur härter ja ich verstehe in diesem Kampf wo Kylo gegen die kämpft ich verstehe bis heute nicht den Schnitt wenn sie das anders geschnitten hätten hätte das vielleicht cool ausgesehen wo er den einen Schlag abwehrt indem er seinen Lichtschwert hinter den Rücken hält aber er bückt sich saublöd nach vorne hält sein Lichtschwert und die Szene könntest du in jedem Porno reinmachen wenn er sich vorbeut und da siehst du kurz ihn innehalten ich glaube du siehst eine Sekunde wie nichts passiert dann nochmal den Schnitt auf seinen Rücken und es passiert wieder eine Sekunde nichts also das ist so gut der Ritter hätte jetzt auch einfach einen Schlag innehalten können was soll der Scheiß jetzt und hätten dann einfach anstatt gegen das Scheiß Lichtschwerten ins Kreuz hauen können also dieser Schnitt ist einfach furchtbar ja vor allem so Kampfchoreografien machen auch viele keinen Sinn ich meine beim zweiten 300 Film da habe ich eine Freundin gehabt die hat sich sehr mit Schwertkampf auskannt bei dem Endkampf hat die immer gesagt so das macht keinen Sinn er wäre schon dreimal tot weißt du sowas ja das kann man so nicht abwehren das macht keinen Sinn kann den zweiten auch nicht gut also optisch war er wieder geil Zack Snyder der Style ist einfach super ja optisch ist er geil aber so der Rest ja ich will eigentlich nur die Schlachten sehen ja die mache ich auch ab und zu habe ich einfach Bock mir die Schlachten anzugucken YouTube 300 weißt du von Empire Schlacht so und so und guck wer einfach nur den an weil der so geil aussieht dass das hin und vor allem keinen Sinn macht es mir in dem Moment egal ja die ganze Story gezeugt da ja also da fand ich den ersten oh ja ich lade dich auf mein Schiff ein ja bums mich wie du magst dich mit mir verhandeln das verstehe ich bis heute nicht ja äh weil du ihn angreifst wollte ich einfach nur wegflanken und dazu zeigen wie der Chef ist das ist so nach dem Motto ich finde es so geil wie die zwei Wache sich dann so angeguckt okay nicht schon wieder nicht schon wieder ja was ich sonst noch angeschaut habe es war einmal ein Anime aus dem Gundam Universum auf Netflix glaube ich Netflix war es ich weiß aber nicht mehr wie der heißt ich sag der mal wie der heißt war der war optisch sehr cool auch oder gut gemacht ich hab mir hab ich dir glaube ich beim letzten Mal erzählt Code Geass da mit diesem da gibt es auch einen Film auf Netflix den fand ich eigentlich ganz geil muss ich sagen okay obwohl ich einfach nur das auch lustig finde wir haben Japaner was machen wir damit die machen Banzai ja genau also Mobile Suit Gundam Havaway die Gundam Filme habe ich nur ein paar Stück gesehen da gibt es halt auch die sind richtig geil und ein paar Stück die kannst du in der Fiverr ja der war jetzt also gut ich habe jetzt mit dem Gundam Suit oder Zeug da nicht so viel am Hals halt oder am Hut er war gut gemacht er war an sich cool gemacht aber irgendwie hat er mich jetzt halt nicht so abgeholt also ich finde Max an sich geil lief vielleicht auch daran dass ich vielleicht mit den Charakteren nicht so viel zu tun habe oder dass mir da vielleicht irgendwelche Vorlagen fehlen oder sonst was weil da wird auch immer ein Noah Havaway der kommt auch vor als Hauptperson irgendwie als der Kriegsheld und so und von dem und dem Havaway benannt und der muss irgendeine wichtige Person sein aber das wird dir halt so nie wirklich erklärt das wird dir bloß immer so untergejubelt Ja das ist ein riesen Universum also ich gucke ich habe ein paar Filme ein bisschen mit der Serie manchmal weil ich Max einfach geil finde aber ich könnte ich bin da auch absolut ich habe keine Namen oder sonst was wo ich dir sagen kann Naja ich habe auch nicht gedacht okay kenne ich kenne ich irgendwo her oder es wird mir dann auch nicht erklärt warum er so gefeiert wird es wird schon wie es halt dir so eingestreut aber du hast dann einfach keine vernünftige Erklärung so nach dem Motto okay er hat halt eine Schlacht mal rumgerissen indem er das gemacht hat oder sein Vater war der und der Typ deswegen ist er jetzt so gefeiert oder so angesehen und bla und Ist dir mal aufgefallen Du kriegst so Mini-Infos aber das war es Ist dir mal aufgefallen im allerersten Star Wars Film also Neue Hoffnung dass da der Imperator noch Der Kaiser hieß okay ich glaube die alten Filme kannst du dir auf Disney Plus auch angucken ich glaube das ist sogar noch Der Kaiser geschnittene also die Version wo du sagst Der Kaiser hat dies und jenes okay schon lang nicht mehr ist ja auch gekommen Episode 4, 5, 6 war ja auch kein Plan dahinter also eigentlich sollte der Star Wars ein Einzelfilm bleiben und es war ja am Anfang auch so gedacht dass Luke und Leia eine Romanze anfangen dass sie gar nicht miteinander verwandt sind dass Vader nicht der Vater ist und alles war ja alles nicht geplant das ist ja dann hat George Lucas darauf aufgebaut was sehr lustig ist weil die Musik am Ende vom ersten Film hat der Komponist so komponiert weil er davon ausging dass Luke und Leia ein Paar werden und alles ach ja ja das war also da hat er gesagt da regt er sich heute noch auf habe ich irgendwo mal in ein altes Interview gelesen dass er sich heute noch drüber aufregt weil er das nicht gewusst hat weil er die Musik ganz anders gemacht hat weil er jetzt immer so ein ganz komisches Gefühl hat wenn er diese Musik hört da habe ich mal letztens in einem anderen Podcast was gehört zu Episode 1 die dunkle Bedrohung das war der mit Darth Maul ja Phantom Manor genau Phantom Manor da gibt es irgendwo einen Ausschnitt von über zwölf Minuten wo George Lucas mit den ganzen Produzenten halt Teil des Films anschaut und George Lucas hat er damals glaube ich schon ja die Regie abgegeben oder sowas mit bloßem Produzent oder irgendwie so also er hat ja nicht mehr die große Macht oder wortwörtlich Macht gehabt über das Universum und ja auf jeden Fall hat er dann bloß gesagt so was sollen die Scheiße da eigentlich aber irgendwann hat er gesagt ja doch das machen wir so und George Lucas hat gesagt das machen wir so wo es Scheiße ist irgendjemand hat da beschlossen aus der Scheiße Geld zu machen irgendwas ist da wie gesagt ich hab bloß die Story so nebenbei beim Essen machen gehört und hab mir gedacht so okay hast du irgendwann mal gehört wie das Original Drehbuch hätte sein sollen für Episode 7, 8, 9 nach George Lucas nein also Gott sei da muss ich sagen Gott sei Dank hat er das nicht gemacht weil das hätte dann in Star Wars im Universum spielen sollen hätte aber in einem Mikro-Universum in Star Wars spielen sollen von den Mito-Glorianern oder wie die nochmal heißen die er dann in Episode 1 eingeführt hat also das hätte quasi ein Mini-Universum sein sollen und das wären die Hauptfiguren wo ich mich frage wie sehen die aus sind das dann Bakterien einfach also das hat für mich hinten und vorne nichts ja das wurde ja im ersten Teil auch nicht erklärt was das ist ist einfach ein Wert naja gut das waren dann Bakterien die die Macht irgendwie geben so ganz das war ja so ein Riesenast drauf also kann ich auch verstehen also die Macht war ja immer was Mütiges Star Wars ist ja kein Science-Fiction wird ja oft vergessen das ist Science-Fantasy das heißt du kannst dir vieles leisten wie Magie das haben sie halt mit dem ja das stimmt da hat er dann auf einmal versucht das wissenschaftlich zu erklären deswegen haben die in den Star Wars Filmen ja auch immer eine Ebene egal was ist also es ist immer dieser Schlachtschiff-Gedanke ich hab glaube ich ein, zwei Weltraumfilme sag ich jetzt einfach mal also Sky-Fi mit dabei gesehen wo sie nicht auf einer Ebene sich bewegen in irgendeinem Star Wars in irgendeinem Star Wars Film ich glaube Walk 1 ist das auch da spielen sie ein bisschen damit dass das Weltraum 3 dimensional ist das war ja wow ja das stimmt da kommt das vor und hast du auf jeden Fall was ich was ich noch angeschaut habe am Wochenende war ähm schwarze Krabbe das was denkst du was für ein Film ist das sag mir jetzt gar nichts das klingt irgendwie wie so eine Ghetto-Version von Spongebob ey willkommen in der schwarzen Krabbe das ist das Restaurant bei den Leuten die immer machen in dem tiefen Ozean nee das ist ein Kriegsdrama Kriegsfilm leider hat es ein paar Parallelen zur aktuellen Weltgeschehnissen so ein bisschen ist eine Buchverfilmung von 2006 2016 irgendwie sowas eine schwedische Buchverfilmung da spielt auch die Dame mit die in diesen Verblendungsfilmen die Hauptrolle gespielt hat also ich weiß nicht wie sie heißt irgendwas mit Nomi Rats oder sowas keine Ahnung auf jeden Fall interessantes ähm Thema irgendwie dass die was von Punkt A nach Punkt B übers Pack-Eis schaffen müssen das ich in Schweden um dann eventuell den Krieg damit zu verhindern aber es gibt so ein paar Logiklöcher in dem Film weil am Anfang siehst du halt einfach wie sie mit dem Auto im Stau stehen dann werden sie angegriffen Tochter und Mutter werden getrennt das sieht man auch später nochmal und irgendwie gibt's dann aber zwischendurch immer Szene wo sie mit ihrer Tochter auf Wanderschaft mehr oder weniger ist durch die verlassenen Kriegsgebiete und da nach Nahrung sucht oder so wo ich denk so die wurden doch gerade eben getrennt wie können die gerade eben wieder zusammen abhängen gibt mir Kontext oder macht es halt richtig parallel wie sowas erzählt wird weißt aber streu nicht diese Erinnerung der Hauptfigur dauernd irgendwo ein dass es keinen Sinn macht nur damit ich weiß was die so erlebt haben Hauptsache die Anfangsszene wird mir dreimal gezeigt in drei verschiedenen Längen weißt das ist so oh sonst ein ganz okayer Film ich find's ich find's vom Setting sehr interessant sag ich mal aber wie gesagt ist halt sehr parallel zu aktuellen Weltgeschehnissen deswegen ein bisschen schwierig anzuschauen zur Zeit find ich genau das waren so die Filme die ich angeschaut hab Star Wars diesen Gundam Hathaway und Schwarze Krabbe ich hab jetzt so einen Horror-Underwasser-Film angeschaut ich hab ja mit Unterwasser immer so ein bisschen Problem der Film hat mich jetzt aber interessiert den Zelda-Tempel aus Ocarina of Time ja was den Wasser-Tempel ich komm nicht mehr drauf wie er hieß ganz ehrlich das war so ein bisschen mit Cthulhu und alles Cthulhu ich versuch ihn grad ich bin hier grad auf YouTube ich versuch ihn irgendwie so finden grad ich komm nicht mehr drauf okay auf welcher Plattform denn? äh bei Amazon hab ich den gesehen mhm ich komm dann nicht warte mal Moment ich komm mal kurz wenn er's anzeigt Cthulhu das ist jetzt DVD und Blu-Ray also da war nichts mit also es hatte so ein Cthulhu-Thema aber da war nichts mit Cthulhu drin okay äh Moment The Last Lovecraft? ne was? gibt's auf Amazon wird mir vorgeschlagen beim Video ist egal okay du hast auf jeden Fall oh ey dieser Scheiß ja ey komm mach hier Werbung Open Water Deep Blue Seas äh nee das Downs 4 aber by the way was du vorhin gesagt hast ja Jack Reacher möchte ich auch noch anschauen weiss ich ob der gut ist ich finde den Film nicht auf jeden Fall ähm Tiefe Wasser mit Ben Affleck ne da war kein da war kein Schauspieler äh dabei wo ich kenne muss ich jetzt sagen ah ach oh Gott bin ich doof hier ich weiß wieder äh der Film hieß Under äh Underwater Nächster Vorschlag hier von Emerson ist auch gerade noch Aquaman der ist gut muss ich sagen der ist ganz geil war ich ganz war ich total überrascht ja ich hab ja schon mal gesagt dass ich Jason Momoa irgendwie nicht abkauf dass er ein Superheld ist ist er da als Superheld zu lappenhaft vom Auftritt her äh vom körperlichen her ok ich weiß nicht irgendwann hat er mir nicht zugesagt irgendwie hat er mir zu wenige Muskeln ok ich weiß nicht warum da gibt es andere Superheldenfilme oder andere Sachen wo er mitspielt hat er mehr Muskeln aber ok das ist nur mein Problem das ist auch nur so ein kleines Problem ach äh aber jetzt wo du es gerade sagst der Zack Snyder Film von Justice League ist jetzt auf Netflix der ja stimmt hab ich gesehen ja ja genau hab ich gesehen hab ich mich aber nicht durch die Runden anzuschauen weißt du was an der Sache halt blöd ist man sagt ja das Snyderverse also nicht wie es Marvelverse oder das DCverse ist das das Snyderverse so wie der quasi die Justice League einführen wollte und wie er weitere Filme in diesem Filmuniversum machen wollte mhm und du merkst halt auch da Vorteil von Avenger war ja jeder von den Avengers hatte ja einen eigenen Film Iron Man sogar 2 ja das heißt du hast die Figur gekannt deswegen konnte ich Iron Man sogar 3 ja aber ich meine vor Avenger 1 äh vor Avengers stimmt jeder hatte halt so seinen Film dass du sie kennenlernst genau außer Hawkeye und äh Black Widow aber die hast du durch die anderen Filme trotzdem ein bisschen gekannt die hast du mal wenigstens gesehen ja du wusstest wer es ist ja also du konntest das war jetzt nicht so äh nie gesehen keine Ahnung und da war das halt bei äh Justice League finde ich halt das Problem das ist so als ob sie mit den Avengers angefangen hätten du hast nicht wirklich Zeit dir die Figuren kennenzulernen und das macht Zack Snyder weil es zu viele auf einmal sind in dem Zack Snyder Film ist das das muss ich sagen das hat er auch gut gelöst den kannst du dir wirklich angucken auch ohne die Filme davor mhm das einzige Problem ist halt am Anfang äh ist das Ende von Batman vs. Superman was alles auslöst das ist halt das Problem wenn du die Comics kennst und weißt was da gerade passiert brauchst du kein Hintergrund wissen ansonsten ist es blöd aber auf jeden Fall da kommt Aquaman auch vor und du merkst da einfach das war ganz ganz anders aufgebaut weil bei Aquaman hast du einen Film gesehen ja ja da können die ja unter Wasser quatschen ja stimmt können sie da nicht wenn sie da miteinander sprechen wollen wird um sie herum wie eine Luftblase erschaffen wo aber halt auch ja Luft drin ist also da ist auch da schwimmt nichts da fällt was zu Boden wenn es gerade da drin ist ja da drin quatschen die und das bauen sie in dem Film halt auch in ein paar Kampfszenen ein was sehr geil ist äh aber das haben sie ja dann später nicht mehr im Aquaman Film der Aquaman Film ist dann auch viel bunter und ja da war sehr farben vor das stimmt fand ich cool aber wenn du es halt siehst wie es Zack Snyder eigentlich vorhat und eingeführt hat ja macht es dann halt einfach keinen Sinn mehr weil du dann denkst dann hättest der Typ ja gar keine Probleme gehabt wäre das so gewesen wie es jetzt im Aquaman Film ist deswegen der Aquaman Film ist ja nicht als was alleinstehend ist vor allem weil nichts aus der Justice League erwähnt wird obwohl der Film danach spielt mhm deswegen ist das für mich ein eigener Film in meinem eigenen Universum ja das ist leider immer weiß ich nicht der einfach nicht ein Regisseur mal machen kann was er will sondern dass einfach A das Geld dahinter steckt was alles bestimmt und auch so Verkaufszahlen oder halt ja Einspiel Zahlen am Kino oder generell du ich find's sehr cool das ist einfach das hat immer schlimm das hat immer schlimm das hat immer gesagt wir wollen aber sehen wie Snyder vorhatte ja wenn dann DC halt sagt oder das Filmstudio okay Warner Brothers ist das glaube ich oder das ist Warner Brothers und DC ja das find ich dann geil dass sie so viele Jahre danach äh gesagt haben ja äh gut wir bringen es halt jetzt doch raus die äh Version die ihr sehen wollt mhm das find ich cool also ich hab da Hoffnung dass sie da weitermachen weil ich find eigentlich sie haben geile Ansätze gehabt mit manchen Sachen mhm gut den Wonder Woman der von Zack Snyder hat ja der war okay aber der erste war okay der zweite war absolut zweiten hab ich gar nicht gesehen zweiten hab ich gar nicht gesehen weil ich hab den Trailer gesehen und hab gedacht nein das Schlimme ist halt einfach auch dass es momentan viele Schauspieler gibt die seit Jahren immer nur sich selber spielen mehr oder weniger Ryan Reynolds Ryan Reynolds weil ich weiß was denn geil ist wenn Ryan Reynolds ich hab letztens einen seiner ersten Filme ersten Filme weiß ich jetzt nicht mehr aber einer seiner älteren Filme bevor er als Action-Comedian-Star bekannt wurde ja spätestens seit Deadpool spielt er halt immer immer dasselbe ja egal den Kern mit der großen Klappe und den blöden Sprüchen macht auch Spaß also ich hab da mit ihm immer meinen Spaß aber wenn du es siehst ich hab da auch keine Probleme mit da merkst du das ist auch noch ein guter Schauspieler der noch anderes drauf hat ich weiß den Namen leider nicht mehr da war er lebendig vergraben ach Bird Alive glaube ich sogar ja das soll ziemlich gut sein er ist ziemlich untergegangen bloß weil der halt aber das ist ja ziemlich der war unter ja nicht ach nein weißt du was mir gerade einfällt dieser Unterwasserfilm ich weiß nicht mehr wie der heißt ah Underwater ah dieser Film wo er vergraben wurde wie heißt der nochmal Bird Alive glaube ich wo alle Ben nicht vergraben wurden wie heißt der Film Bird Alive ja also wie ist das Problem dass Schauspieler sich selber spülen hat gerade eben Ryan Reynolds Mark Wahlberg The Rock teilweise auch immer ja das stimmt teilweise Robert Downey Jr ja Gal Gadot halt auch die kann die Augenbraue hochziehen Spruch drücken und gut ausschauen und das macht sie seit Fast and Furious 9 sag ich schon seit Fast and Furious 4 immer als Wonder Woman hat sie noch anderen Leuten aufs Maul gegeben ja aber sonst hat sie immer immer die Augenbraue hochgezogen schön gelächelt gut ausgesehen und Spruch gedrückt immer schon so gewesen aber gut die Frau ist auch Model gewesen ich meine die kann nichts anderes außer gut ausschauen und die Augenbraue hochziehen so ganz überspitzt gesagt joa ich bin jetzt auch nicht so schauspieltechnisch ihr Fan aber das war das wofür so gecastet hat funktioniert ja das stimmt also ich meine The Rock hat ja auch der hat ein paar Filme wo du sagen kannst da hat er sogar eine schauspielerische gute Leistung gebracht ja ich meine und viel physischer Präsenz wo ich ihn halt echt gern mochte als Schauspieler war dieser Film wo er Football Coach im Knast glaube ich war der war geil ich weiß welcher du meinst ja ich weiß nicht wie er heißt aber der war gut genauso wie auch wie heißt er denn Coach Carter mit Samuel L. Jackson der ist auch super wo diese Ghetto Schule da im Basketballunterricht boah was ein guter Film schaut euch diesen Film an in kleinen Zeit wenn wir gerade beim Football sind ist das auch super ja den hab ich auch einmal gesehen den muss ich aber nochmal schauen ja ja das war auch ziemlich cool auf jeden Fall muss ich aber nochmal anschauen bin ich mir so gut in Erinnerung ja das sind immer so coole Sachen weißt du wenn die Schauspieler einfach mal so ein bisschen was anders machen weißt du wenn sie wirklich mal Drama spielen weil da müssen sie halt wirklich immer Gefühle zeigen und sowas das lieb ich halt dann auch ja was ein guter Film das einfach ist den hab ich damals als ich ihn auf DVD gekauft hab hoch und runter geschaut da war der Rocker doch nicht so riesig im Schauspiel unterwegs aber trotzdem war er schon bekannt und ja ein guter Film guter Film mit Coach Carter sind das Filme die kann ich immer wieder anschauen ohne Witz die gehen immer Coach Carter vor allem boah ich muss immer aufpassen weil Spiel auf Bewährung verwechsel ich öfters mit Spiel ohne Regeln der Spiel ohne Regeln ist ja der mit Adam Sandler und mit Chris Rock äh okay der ist das okay den find ich auch geil ja wo am Gefängnis die Football-Marchäfte ausbaut vor allem dieser eine was ist das Mexikaner der gefühlt drei Meter groß ist und immer Tischtennis spielt ach hier aber du brauchst eine Mannschaft auf willst mitspielen hm ich weiß nicht ja du darfst den Typen da hinten zusammenschlagen ja ich bin dabei ja das ist ja hier ähm auch ein Wrestler The Great Khali ja ich hab noch einen anderen Film mit ihm gesehen letztens erst wo ich gesagt hab sag mal den kenn ich doch ja stimmt da kam irgendwas raus mit ihm ja ja irgendwas hab ich auch irgendwann mal so in den letzten Jahren das war aber ja weißt du welcher Film das war ähm mit ähm Kevin James wo er diesen Nazi spielt na ok Jojo Rabbit nee das ist jetzt ein neuer Film äh Maggie Macbeth irgendwie sowas äh ich schau mal schnell ich glaub da macht er auch mit das ist ein brutaler Film ey das ist wie Kevin allein zu Hause aber mit ausgestochenen Augen ok ich glaub da hat er auch mitgemacht ich bin mir aber jetzt der ist letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist der rausgekommen schau mal was haben wir denn also als hier hab ich irgendwas mit Feldwebel Steve Downing Hobby Halloween Becky was haben wir denn sonst noch Dr. Fuchs kleiner Junge gibt's hier Becky ja das ist der Becky der Film also der ist nicht schlecht ne aber es ist ja du merkst da haben sie irgendwie da sollte ein bisschen mehr dabei sein ich glaub da macht er mit bin ich ganz sicher ja dann ist ja keine Besetzung doch aber wird mir jetzt nicht angezeigt ach nein Entschuldigung das ist Entschuldigung nein das ist Robert Maylid der da mitmacht der ist aber auch so ein Riesentyp der hat auch so eine Präsenz ok das ist der Typ wobei 300 den Typen also im ersten 300 Film den Typen spielt der bei den Unsterblichen ist und sich die Ketten rausreißt der der Leonidas ich glaub ein Auge oder sowas verwundet der hat bei Deadpool 2 mitgespielt aber da war nur ein Nebendarsteller war so ein Riesentyp gefühlt 20 Meter auch wieder ja deswegen hab ich den aber mit dem verwechselt was Robert Maylid ja dem ähnlich ja wenn du den wenn du lang keinen Film mehr mit dem gesehen hast kannst du schon ach ja beim Sherlock Holmes genau da war er ach da stimmt da war er dieser eine Gehilfe der gefühlt ja 10 Meter hoch ist ja die schauen sich schon ähnlich also der Great Khali schaut aus wie eine ältere Variante von ihm ja ja wenn du die jetzt länger nicht gesehen hast äh und siehst dann so ein Bild könntest du dich schon verwechseln mhm der wurden ja noch mitgespielt ganz viele Wrestling Filme gedreht der Kate Khali ja 2,16 Meter ist der groß 160 Kilo schwer boah nicht schlecht ja ist doch ist doch immer ganz cool so jetzt hab ich wieder ein paar Filme auf meiner Liste die mir irgendwann im Untergedächtnis oder Unterbewusstsein auffallen wenn ich dann vorbeiscrolle und dann weiß okay das was ich dir anschaue der Typ ähm also Moment der Vorbot Mailes Mailet der ähm hat bei einer Fernsehserie kurz mitgemacht dann war nichts mehr gewesen und dann bekam er ey die suchen wir 300 einen großen Mann als äh Riesen der hat vorsprechen müssen jetzt überlege ich ich hab jetzt gerade überlegt was hat denn der für was hat denn der gesprochen der Riese der hat nichts gemacht außer geknurrt immer äh 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 das war's eigentlich ey der musste ja richtig knurren der musste auch richtig knurren ne also daher oh oh der hat versehentlich Warburton Junior K.O. gehauen er wollte er hat nicht rechtzeitig gestoppt und hat ihn so gehen am Kinde richtig getroffen dass dass der umfiel okay war das der Typ den er am ersten ja das war dieser ganz große Typ im ersten Film wo er in der Fabrik am Anfang na nicht der du meinst jetzt in diesem Ring ja genau nein als sie da in dieser Fabrik oder was das war waren und die ersten Zeichen der dunklen Magie da finden also okay oder wo er da ehemaliger Wrestler ja schau war er schon letzten Tag der Percy Jackson der Pacific Rim hat er da einer von den Viechern gespielt ja in Originalgröße Merlin ah ja guck mal auch bei Ons of a Time hat er mitgemacht mhm ach so diese Fantasy ich hab jetzt grad überlegt wo er mitgemacht hat 2 Meter 8 ja da kann er da kann er große Leute spielen mhm sauber ja andere würden sagen gewaschen ähm okay 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 ich will langsam nicht mehr ja aber wir haben noch ein bisschen Zeit hier hast du uns noch eine irgendwie lustige Geschichte ähm ja tatsächlich habe ich äh eine sehr ähm okay ich gebe dir jetzt also es geht wieder hier um unseren Kaffeeladen äh Planer ach das heilig ja ich dachte das Thema wäre abgeschlossen also Kaffeeladen ja aber es es gab ja eine Zeit vor dem Kaffeeladen Berufswünsche ähm bitte bitte bemühe ich den Namen nicht zu sagen ich hab keinen Bock wieder Pizza reinzuspielen ich sag den Namen Peter nicht äh okay jeder hat das ein wunderschöner Name genau also Detlef 1A ähm also also bei Grandolin war das wie folgt äh okay du bist lächerlich sag einfach Peter 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 Hase Peter Hase gibt es doch glaube ich oder verdammt das ist eine Fernsehfilmserie verdammt na ich sag dir jetzt mal also versuch du zu erraten welcher Beruf die Person machen wollte wenn ich dir ein paar Stichwörter gebe okay ähm ja gut die Reihenfolge wie ich sage ist eigentlich egal also das ich sag die Person wollte paar andere Berufe noch lernen quasi als ähm Hilfe für den Beruf den sie am Ende ausüben wollte okay ähm ich sag dir jetzt die Abläufe mal ähm und nach jedem Ablauf gebe ich dir kurz Zeit damit du überlegen kannst was der endgültige Berufswunsch war äh äh zwei Jahre Muskelaufbau im Fitnessstudio ähm hast du schon irgendeinen irgendeinen Vorschlag irgendwie Personenschützer nein nein ein Jahr Kampfsport Kampfsport ist dabei ist egal okay Stuntman nein also es war geplant es wurde nicht so umgesetzt glücklicherweise okay also wie gesagt zwei Jahre Muskelaufbau Fitnessstudio ein Jahr äh jemand der Kühe schlacht während er sie umboxt ich hätte das war gerade wirklich mein Gedankengang er boxt die Kühe auf der Weide persönlich um also er macht nicht dort diese äh Kugel die da abgeschossen wird um die zu töten ähm er ist die Kugel er schlägt sie einfach selbst seine Faust ist die Kugel er schlägt er macht das Fleisch schon weich sprügeln bevor es überhaupt in die Pfanne kommt um mir kurz den Bogen zum Anfang des Podcasts zu spannen er ist Lasko die Faust Gottes boah das wäre es auch noch so kurze Schaukämpfe zwischen zwei Leuten die gerade nicht wissen ob sie an Gott oder an sich selber glauben sollen so gegen Mitte des Gottesdienst ja das ist auch geil ähm ja okay also er hat Kampfsport gemacht oder wollte Kampfsport machen zwei Jahre Bodybuilding und Metzgerlehre ja Fleischer 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 also ich war mir jetzt nicht mal sicher aber es war Fleischer Fleischer bereitet dafür den Metzger vor meine ich oder also die die muss für die endgültige Verarbeitung vorbereiten ich glaube das sind die Fleischer ich habe keine Ahnung also das ist ein Unterschied tatsächlich ich bin mir aber nicht mal ganz sicher ob ich das richtig erklärt habe aber egal auf jeden Fall Fleischer das war es auf jeden Fall ähm Moment was war dann ähm Bundeswehr okay es hängt immer noch alles zusammen okay äh also da diese Mindestdienstzeit die du machen kannst ich weiß es nicht ich habe verweigert ich weiß nicht wie das das ist zwei, drei Jahre boah ich glaube inzwischen sind es also gut zu der Zeit es war mal ein halbes es war mal ein halbes Jahr gut zu dem Zeitpunkt gab es noch einen Wehrdienst also er wollte den Dienstag damals aber halbes Jahr er wollte das machen plus das was du minimal dazu machen kannst boah ich glaube war ein Jahr dann oder so oder drei Jahre verpflichtend es gab ja mehrere Sachen ich weiß nicht also er wollte das Geringste machen äh bei der Bundeswehr was er da machen wollte ist im Endeffekt egal er wollte Panzerfahrer glaube ich machen äh hat aber es ging nur darum dass er bei der Bundeswehr ist das hat nichts damit zu tun was er da fahren wollte oder machen wollte das ist für den Beruf irrelevant nur dass er zur Bundeswehr wollte ist für seinen Beruf den er letztlich ausüben wollte wichtig ähm und jetzt das letzte Jurist okay ein Anwalt der dich umhaut und abknallen kann und der bei der mit dem Panzer auf der Weide Kühe umfährt umboxt er ist die Kugel er ist die Kanonkugel die abgefeuert werden ja und der Panzer ist ein Fleischwolf geil dass du schon ein frisches Hack machen kannst was glaubst du ist der endgültige Berufswunsch mit dieser wunderbaren und absolut nachvollziehbaren Kombination Batman ja ja du lustigerweise hast du jetzt teilweise sogar recht teilweise hast du jetzt gerade wirklich recht weil was ist Batman abgesehen von stinkreich und sehr aggressiv was ist sein der beste der beste Detektiv der Welt okay er wollte Privatdetektiv werden ja okay und ich hab dann gesagt wofür ist das Bodybuilding und der Kampfsport wenn du bei uns im Saarland eine Katze vom Baum holen musst was machst du schlägst den Baum durch Handkantenschlag gegen den Baum und wenn die alte Oma nicht zahlen kann die kriegt ja auch noch ein Roundhouse Kick ab und im Supermarkt prügelst du das kleine Kind zusammen was Schokoriegel mitgehen lässt oder was durch diese schöne Kombination die Reihenfolge war jetzt nicht mehr ganz richtig also mit Fleischer hat's angefangen ähm okay und da wollte er halt er wollte Muskelaufbau machen und äh Kampfsport dass er sich halt verteidigen kann wenn er Detektiv wird im Saarland ja gut okay Drogenhauptstadt Europas wenn es ein böser Laufbau um die Ecke kommt und der Oma die Handtasche klaut im Saarland gibt es ein Altersheim wo die äh wo das Personal äh Schutzwesten trägt ach du Scheiße weil da tatsächlich schon reingeschossen wurde beziehungsweise weil da auch schon mal das ein oder andere Messer zum Einsatz kam das ist kein Witz also das Saarland ist tatsächlich sehr 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 brutal also bei uns überleben auch nur die Stärksten im Nachhinein macht's Sinn was ich da wenn ich drüber nachdenke der hat vielleicht mehr Ahnung vom Leben gehabt als ich der Peter vielleicht ja ich kenne tatsächlich einen Peter wenn du dir den Podcast anhören solltest du kennst die Person auch Grüße Grüße gehen raus an Peter und Peter ich kenne nur einen Peter nein zwei ich auch Grüße an Peter und Peter ich kenne so direkt jetzt im Umfeld eigentlich auch zwei aber einer ist eher aus dem Fernsehen bekannt den anderen kenne ich vom Kampfsport Peter Zweigert also vom Kampfsport ja der eine schenkt der eine schenkt mir einen der andere wo geht mich aus den Schulden zu holen wäre er nicht schon in Rente Kampfsport meine ich aus Peter Zweigert ja klar bei unter dem Anzug ist da so ein Adonis der schlägt die Schulden einfach so zusammen wo ist die schwarze Null komm raus du Feigling weißt du was mir gerade so ein Gedanke durch den Kopf geht wärst du Richter würden die Leute sich begrüßen mit das ist Richter Richter ich weiß den Witz hatten wir schon vor über 15 oder 16 Jahren in der Schule das ist mir nie aufgefallen oder schon öfters als es dann losging so vor 20 Jahren mit diesen Richtern das wäre auch sehr traurig wenn ich jetzt der erste wäre der auf diese geniale Idee kam nach 5 Jahren bin ich jetzt mal drauf gekommen Richter Richter wow Flu ich weiß extra für dich heute den Slow Clap ah yeah oh ich bin ein Kind vor dir ja ich geh raus vor der Tür stehen drei so ganz aus okay das ist aber Schlusswort ich bin sehr gespannt wie die Folge nennt es ich auch es fing gut an dann kamen wir wieder in unseren alten Trott und jetzt am Ende wurde sich das sehr absurd ah ich hab keine Ahnung hast du irgendeinen Vorschlag keine Ahnung die Faust Gottes äh Disco Power in der Kirche ah Disco Power in der Kirche klingt gut ja vielleicht Panzer fahren auf der Kuhweide ne zu hart aber Disco Power in der Kirche wär was dann holen wir und zwar den Zorn Gottes ins Haus aber das ist mir egal ich bin eh nicht glaub ich und wenn ihr nicht wenn ihr wenn ihr nicht feiert dann kriegt ihr den Zorn Gottes zu spüren dann kommt einfach so äh to walk darf ich vorstellen der Zorn Gottes oder Fahrer Pop oder wie er hieß was Fahrer Pop wie hieß dieser äh wo du da dieser äh 50-Jährige hast du auch den Strong äh ne Peter Strongest Priest ja keine Ahnung also da kommt einfach der das darf ich vorstellen Kevin aber ich würde mir eher den Rock wünschen wie er so reinkommt alle Böse anschaut und seine Augenbraue hochzieht ja wie er es immer macht genau wer hat gesündigt ja ohne Sünde ist der Werbe den ersten Stein dann kommt einfach so einer dann kommt Arnie rein und trägt Rock dann kommt der Rock einfach vom Dach gesprungen puff hab ich vorgestellt die Sünde ich bin keine Sünde ihr seid Sünde ich bin der Stein ich bin der Stein Jehova 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 ah der Rolle des Steins to walk ich dachte das spielt den Esel am Anfang von das Nimbus Pride guten Tag für die IA ist doch geil die Volksfront von Judea oder die jüdische Volksfront entscheide dich du Spalter die jüdische Volksfront nein das ist die Volksfront von Judea so Spalter das ist so ein guter Film okay Flo hast du jetzt noch hast du jetzt noch einen Schluss was das ist drehen in unserem Kreis ja Jehova Jehova okay und damit tschüss bis zum nächsten Mal war wieder super lustig Flo Spalter ich küsse dein haariges Bauchlein bis zum nächsten Mal bye bye das ist nicht der Bauch aber es sind Haare Ellbogen geil du Wookie gibt es Haare am Ellbogen das würde mich jetzt interessieren kann man die sich ich habe so ein bisschen kann man sich Haare am Ellbogen ein bisschen Haare am Ellbogen habe ich aber jetzt direkt am Knochen weißt du was irgendwie weißt du was was geil wäre im Kampfsport du lässt dir die Haare am Ellbogen lang wachsen und bindest ein Gewicht dran und wenn du keiner damit rechnest der rechnet mit dem Angriff aus dieser Richtung ich glaube es ist nicht so Komfort und vor allem möchte ich sehen wer so lange Ellbogen Haare hat du könntest ja auch so Gletschen dranhängen ja das wäre doch das wäre bestimmt gut okay also da reden wir in der nächsten Folge es ist eine Geschäftsidee ja Glöckchen am Haar okay Glöckchen am Haar wunderbar da freut sich auch Professor Eich wunderbar sehr schön okay jetzt auf jeden Fall waren wieder schön bis zum nächsten Mal danke fürs Zuhören macht es gut bis dann bye bye true true Bis zum nächsten Mal.